Die Arbeit für richtig ist, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Yesterday, December 7, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. We'll defend to the death their native soil, hating each other like good comrades to the earth and to their spirit. We shall wander the heavens. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our hearts, whatever the grass may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight on the enemy. We shall fight on the seas and oceans. Anarchy will fight weiter. finite levelям Bayern undимself stach. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020